Das muss der Emitter sein. Autorisierung erforderlich. Bitte ein autorisiertes Terminal verbinden. Terminal? Das muss dieser Kommunikator sein. Neustartsequenz eingeleitet. Sie haben so lange nach mir gesucht. Also hier bin ich. Aber Moment, Sie suchen nicht mich. Nein, Sie suchen das Mädchen. Ich sollte beleidigt sein. Aber wie könnte ich? Sie sind nicht der Einzige, der Ihre Macht will. Es gibt noch jemanden wesentlich würdiger. Er kann mich auf unvorstellbare Weise belohnen. Tut mir leid, aber Sie wurden überboten. Sie strahlen Furcht aus. Wunderschön, aber noch unvollendet. Ich bin Stefano. Und Sie sind jetzt mein Kunstwerk. Verdammter Wichser! Das Ding stoppt die Aktivierung des Emitters. Geht hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Sequenz in 70 Sekunden abgeschlossen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sequenz in 60 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 40 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 30 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 20 Sekunden abgeschlossen. Sequenz in 50 Sekunden orange. Sequenz in 50 Sekunden abgeschlossen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stabilisierung abgeschlossen. Gut. Mein Arsch ist gerettet. Aber was soll ich als nächstes tun? Wenn er weg ist, hat er Lilly nicht hier gelassen. Wohin hat er sie gebracht? Ich sollte Kidman davon berichten. Mist, vielleicht kriege ich draußen ein Signal. Mal. Ja. Oh, oh, oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Geh! Was ist das? Hüa! Verdammt, der misst Kellert Lily immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch. Sebastian? Sebastian, bist du da? Kidman. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lily. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wir wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian. Ja. Natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen. Ich habe für mich gesprochen. Nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lily verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Ich habe es wohl gerade herausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb. Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen? Nein. Dieser Irre hat Sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten Bandtheater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Ich bin nicht sicher, was Ihnen da ist.